Microsoft Endpoint Manager, der umfassende Guide zu MECM und Intune. Einmal mehr ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Session. In der heutigen Session geht es darum, dass wir die Discovery Methods einrichten. Wir wollen dem Configuration Manager die Möglichkeit geben, Informationen zu sammeln. Beispielsweise, was sind denn für Benutzer in unserem Active Directory vorhanden? Ja, wir haben schon einige Konfigurationen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Boundaries festgeregt. Da sagen wir aber den Client Geräten, wie sie den Configuration Manager finden können. Jetzt sagen wir dem Configuration Manager, was er denn finden kann. Lassen Sie uns doch gleich beginnen. Ich befinde mich im Configuration Manager und wir erinnern uns, wir haben als letztes die Boundaries und Boundary Groups eingerichtet. Jetzt geht es an die Discovery Methods. Heartbeat Discovery ist standardmässig eingeschaltet. Das ist auch gut so, weil das System, welches beispielsweise den Client Agent installiert hat, kann so regelmässig einen Heartbeat senden, sage ich jetzt mal, so dass der Configuration Manager weiss, jawohl, das System ist noch da. Und wir sehen, das passiert einmal pro Woche. Sie können das selbstverständlich alles anpassen für Ihre Bedürfnisse. Ich belasse es beim Standardwert. Beginnen wir mit der ersten Discovery Method, und zwar Forest Discovery. Rechtsklick und ich wähle Properties aus. Jetzt können wir das Ganze einschalten. Enable Active Directory Forest Discovery. Automatisch erstellen von Active Directory Site Boundaries, wenn diese ermittelt worden sind. Das ist in Ordnung. Automatisch erstellen von IP-Adressbereichen, also für Boundaries, IP-Subnetze, wenn die ermittelt wurden. Das ist ebenfalls in Ordnung. Allerdings, wir haben schon die Boundaries angegeben, wir haben auch die Boundary Groups eingerichtet. Also, es ist in diesem Fall in Ordnung, aber nicht zwingend notwendig. Das Ganze einmal pro Woche, ich denke, das ist in Ordnung, weil der Forest, der Active Directory Forest, der wird sich nicht so stark verändern. Darum ist da einmal wöchentlich in Ordnung. Apply und dann wähle ich Yes aus, dass sofort, wenn immer möglich, das Ganze gestartet werden kann, war die Meldung und dann OK. Jetzt lasse ich die Group Discovery einmal schnell weg und ich gehe zuerst einmal zu System Discovery. Rechtsklick und ich wähle Properties aus. Jetzt das Ganze einrichten. Enable, Active Directory, System Discovery. Sehr gut. Aber, wo soll gesucht werden? Jetzt können wir Active Directory Containers angeben, über diese Schaltfläche. Jetzt müssen wir den Pfad angeben. Ich wähle hier Browse aus und jetzt können Sie auswählen, wollen Sie explizit einen Container auswählen oder möchten Sie, dass in der gesamten Domäne gesucht wird. Jetzt ist die Domäne markiert. Wenn Sie das Ganze etwas einschränken wollen, auf gewisse oder auf eine Organisationseinheit, zum Beispiel Luzern oder so, dann wählen Sie die entsprechende Auswahl aus. Ich belasse es bei der Domäne. Ich klicke auf OK und jetzt wird der LDAP-Pfad aufgelistet. Ich verwende auch noch diese Option, Discover Object within Active Directory Groups. Ist ebenfalls sicherlich sinnvoll. Dann soll rekursiv ebenfalls gesucht werden, und zwar in sogenannten Child Containers. Das ist ebenfalls passend. Und wir können hier einen Ausschluss konfigurieren, wenn wir das möchten. Das lasse ich mal weg. Was wichtiger ist, ich gebe noch ein Konto an. Und zwar, ich möchte nicht mit dem Computer-Konto arbeiten, sondern mit einem spezifischen Konto. Darum wähle ich hier Specify an Account aus. Und dann wähle ich Existing Account aus. Und da haben wir unseren Prime Backslash CM Admin. OK. Und dann wählen wir OK aus. Jetzt geht es weiter zu Polling Schedule. Das Ganze wird untersucht, und zwar alle sieben Tage. Also alle sieben Tage wird ein Full Discovery gestartet. Jetzt könnte man meinen, ja, bei Active Directory Systemobjekten müsste man vielleicht etwas regelmässiger untersuchen. Aber schauen Sie mal, da gibt es ein Delta Discovery. Das Delta Discovery sucht alle fünf Minuten. Also somit ist das absolut passend. Dann Active Directory Attributes. Diese Attribute werden ermittelt durch diese Discovery Method. Wenn Sie zusätzliche Attribute wollen, dann können Sie diese hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ich da PW eingebe und ich klicke auf das Suchsymbol, dann sehen wir zum Beispiel PWD Last Set. Wenn Sie dieses Attribut interessiert, markieren Sie es und fügen Sie es hinzu. Aber Achtung! Je mehr Attribute Sie hier auswählen, umso grösser wird dann im Hintergrund die Datenbank, die der Configuration Manager verwendet. Also bitte nicht alle Attribute auswählen, nur jene Attribute auswählen, von denen Sie auch die Informationen brauchen. Weil sonst blasen Sie die Datenbank künstlich auf. Und das ist keine gute Idee. Also wirklich hier nur die Attribute auswählen, von denen Sie dann auch die Informationen brauchen. Dann geht es weiter zu den Options. Hier können Sie eine Auswahl treffen. Welche Systeme sollen ermittelt werden? Und zwar können Sie einen Bereich angeben, und zwar 90 Tage. Das heisst also, das Computerkonto muss sich innerhalb von 90 Tagen einmal beim Active Directory angemeldet haben. Diese Systeme werden erfasst. Diejenigen Systeme, die das nicht gemacht haben, zum Beispiel seit 100 Tagen nicht mehr angemeldet haben, die werden nicht erfasst. Das ist auch gut so, weil das Active Directory hat keinen automatischen Bereinigungsmechanismus, um beispielsweise Computerkonten zu entfernen, die sich seit 180 Tagen nicht mehr angemeldet haben. Vielleicht ist 90 Tage etwas zu kurz. Vielleicht haben Sie Aussendienstmitarbeiter, die nur alle 4-5 Monate sich beim lokalen LAN einmal anmelden, beziehungsweise beim Active Directory. Dann wählen Sie hier ein anderes Zeitfenster aus. Ich belasse es bei 90 Tagen bei beiden Optionen. Apply, dann wieder die Meldung. Wollen wir den Full Discover so schnell wie möglich starten? Yes, das wollen wir. Und OK. Jetzt geht es weiter zu den Users. Rechtsklick, Properties. Dann schalten wir das Ganze ein. Wir suchen wieder. Ich verwende da auch wieder die gesamte Domäne. Dann auch wieder rekursiv in den Gruppen suchen. Dann wähle ich ein spezifisches Konto aus. Da wiederum den CM-Admin. OK. Dann Polling Schedule, sehr ähnlich. Active Directory Attributes, ebenfalls sehr ähnlich. Ich glaube, das sollte soweit klar sein. Apply, Yes und OK. Jetzt gehen wir zu den Group. Rechtsklick, Properties. Auch da das Ganze wieder einschalten. Und jetzt ist es etwas anders. Wir gehen hier auf die Schaltfläche Add. Und jetzt können wir entweder Groups oder Locations auswählen. Ich gehe mal mit Location. Und jetzt müssen wir hier einen Namen angeben. Alle Gruppen. Dann wählen wir Browse aus. Und dann gehe ich wiederum mit der Domäne. Wirklich wichtig. Konfigurieren Sie hier diese Punkte, dass es passend ist für Ihre Organisation. Vielleicht müssen Sie das wirklich etwas einschränken und nicht über die gesamte Domäne hinweg suchen. Dann wähle ich OK aus. Dann soll rekursiv gesucht werden. Und ich gebe wiederum das spezifische Konto an. Und zwar den CM Admin. Dann wählen wir OK aus. Dann Polling Schedule. Das kennen wir bereits. Dann noch die Options. Auch da wieder können wir bestimmen. Wenn die Konten seit 90 Tagen sich nicht mehr angemeldet haben, sollen diese nicht berücksichtigt werden. Und dann noch die Option Discover the Membership of Distribution Groups können wir ebenfalls aktivieren. Und Sie sehen, your change of discovering Distribution Group Membership will take effect in the next full Discovery Cycle. Das ist doch passend. Apply. Yes. Und dann zurück zu General. Und wir wählen OK aus. Jetzt haben wir fast alle Discovery Methods eingerichtet. Den Network Discovery, den werde ich nicht einrichten. Weil da haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Geräte einzubinden in den Configuration Manager, die nicht über Active Directory gefunden werden. Zum Beispiel mittels SNMP. Wenn Sie also zum Beispiel Ihren Toaster oder Ihre Mikrowelle einbinden wollen im Configuration Manager, dann wäre beispielsweise SNMP eine Möglichkeit. Ich lasse das weg. Ich möchte nur jene Geräte in meinem Configuration Manager sehen, die ich auch tatsächlich verwalten kann. Aber selbstverständlich, wenn Sie das wollen, Sie sind herzlich eingeladen, hier diese Discovery Method ebenfalls zu konfigurieren. Ich wähle hier Cancel aus. Den letzten Punkt, den ich noch mit Ihnen besprechen möchte, ist das Veröffentlichen der Configuration Manager Informationen im Active Directory. Das können wir überprüfen bzw. das haben wir schon einmal überprüft. Zuerst einmal navigiere ich zu Active Directory Forest. Da haben wir die Domäne. Rechtsklick. Dann wähle ich Properties aus. Und dann zu Publishing. Und Sie sehen, jawohl, diese Seiteninformationen werden veröffentlicht. Unter General haben wir hier die Option aktiviert. Discover Sites and Subnets in der Active Directory Forest. Und ich gebe jetzt hier noch das Konto mit, damit das gemacht werden kann. Wir haben die Discovery Methods bereits eingerichtet, aber ich werde diese Option hier ebenfalls noch zu Ende konfigurieren, indem ich hier das Konto angebe. Jetzt haben wir hier kein Konto zur Verfügung. Also können wir ein neues Konto anlegen. New Account. Um hier das Ganze zu konfigurieren. Ich suche da den CM Admin. Check Name. Das ist in Ordnung. Dann das Kennwort. Ein Verify werde ich da nicht durchführen. Ich wähle OK aus. Und dann Apply und OK. Und jetzt können wir noch an einem weiteren Ort überprüfen, ob die Informationen im Active Directory veröffentlicht werden. Indem wir zu den Sites navigieren. Wir öffnen die Seite mit Rechtsklick. Wir wählen die Properties aus. Und dann navigieren wir zum Register Publishing. Und Sie sehen, diese Informationen werden veröffentlicht in der Domäne prime.pri. Und das Ganze können wir überprüfen, beispielsweise mit dem ADSI-Editor. Ich minimiere den Configuration Manager. Dann navigiere ich zum Server Manager. Und ich habe das Tool ADSI-Edit bereits geöffnet. Ich habe übrigens auf diesem System die Remote Server Administrationstools noch nachinstalliert. Den ADSI-Editor habe ich bereits geöffnet. Dann navigieren Sie zum Default Naming-Kontext. Sie öffnen die Domäne. Sie öffnen System. Dann navigieren Sie nach unten zu dem Container, den wir vor einiger Zeit angelegt haben, System Management. Und wir sehen hier bestätigt, dass die Configuration Manager Informationen veröffentlicht werden im Active Directory. Und wir sehen Sie können.